Sehen Sie das Höhenprofil? Ich möchte brechen. Mir ist jetzt schon schlecht. Guten Morgen zusammen. Da sind wir wieder. Guten Morgen. Wir sind heute in Kochhem. Also nicht der Kok, sondern Kochhem. Mosel. Und machen den Moselstieg Seitensprung. Also heute wird es leidenschaftlich heiß. Ein Teil von dieser Ritterrunde habe ich da vorhin gelesen. Na schön. Er hat auch schon gelesen. Und wir sind auch nicht allein, denn wir sind heute eingeladen worden. Wir sind heute mal wieder. Ja, von... Wir sind heute wieder. Wir sind heute wieder. Warte, ich drehe die Kamera. Komm, wir hier. Aka Reisegruppe One-Pack. Aber Dominik hat gar nicht mehr so viel One-Pack. Er wird langsam zum Six-Pack. Ich habe auch abgenommen. Der Einzige, den ich abgenommen hast, ist der an der Kamera. Genau, ich habe nicht abgenommen. Ich bleibe meiner Linie treu. Spaß beiseite. Ja, wir wurden heute eingeladen. Von Dominik, den Seitensprung zu wagen. Meine Frau hat nichts dagegen. Das passt. Und wir haben wie viel Höhenmeter? 700? 700, ja. 700 Höhenmeter an 16 Kilometer. 16 Kilometer. Wir sind schon ein paar Meter hoch. Genau. Hier, hier. 700 Höhenmeter. Hier. Kann man es sonntags morgens nochmal machen, Mädels? Genau. Wir haben ja auch keine Hobbys. Wir sind ja hobbylos. Seht ihr? Wie ich. Also deswegen lade ich euch immer ein. Genau. Deswegen, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Ciao. Ich sag's dir. Das kriegst du wieder. Das kriegst du wieder. Heute kriegst du alles, was du brauchst. Das kriegst du wieder. Das kriegst du wieder. I know we'll swim against the stream. Der Autofalz hat gesagt es gibt jetzt Geschenke. Gibt es Geschenke? Ja. Es gibt Geschenke. Jetzt schon? Wir haben gerade mal Anfang November. Gleich ist es irgendwo anders. Ich habe für euch einen ultra geilen neuen. Jetzt kommt der mit so einem Dildo rein. Es gibt Fetsches. Warum haben wir noch keine? Ihr habt welche. Ich bin beschämt. Aber ihr habt euch glaube ich noch machen lassen. Nein, haben wir noch nicht. Ihr habt doch irgend so ein Leder. Das hat uns der René gemacht. Der Ruhrpott Adventure. Danke schön. Gönnt euch mal. Guck mal. Ja, du hast selbe. Danke. Danke schön. So Leute, aufpassen. Gleich gibt es Überraschungen. Die Welt ist so klein. Es gibt ein Special im Special und mit Special. 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 Special Special. Ich bin raus. Nein, du bist mittendrin. Oh Gott. So, wir warten gerade hier auf die Special Specials Gäste. Wir warten die ganze Zeit. Aber die sind ein bisschen langsamer. Macht mal Gas hier. Der Kami ist schon seines Lebens müde und möchte jetzt da drüber. Nein, nein. Du sollst da drüber. Ich habe es für dich gefestet. Jetzt ist es sicher. Also wird doch mal Zeit, ne? Ja, der Stress hier total. So, die anderen lassen jetzt hier mal ein paar Drohnen starten. Und ich esse eine kleine Birne. Ich habe es für dich gefestet. Ich habe es für dich gefestet. Ich habe es für dich gefestet. Ich habe es für euch gefestet. Das Ding ist so groß wie ein Tör Giza wie ein Kühlschrank. Hey! Holy! Hat leider nicht so groß wie ein Kühlschrank Sehr lecker. Sehr saftig. Und sehr groß. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. Wie geht's das? Ich denke ich habe einen Börner. Komm mal her. Ich habe ihn schon. Was ist das? Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. Ich bin ein Börner. Ich bin ein Börner. Ich habe ihn schon. Ich bin ein Börner. Ich bin ein Börner. Ich habe euch fluchten da. Ich bin ein Börner. Ich bin seitdem bei der Fee-Karte gekauft hat. Fertig. Und gute Bühne. Fertig. So, der gute Otto Fals hat jetzt gerade was gefunden. Ja, der hat gesagt, da geht es richtig tief runter, ja. Das Glowy Hole aus dem Mittelalter. Warum lachst du denn jetzt? Kommt mal auf so einen Scheiß. Ja, du hast angefangen. Ja, hier. Wisst ihr Bescheid. So, wo ist die Burg? Wo ist die Burg? So, da, irgendwo da hinten ist die Burg. Haben wir hinter uns. War sehr nice. Es war eine Ruine, aber schön. Zu empfehlen. Ja, die anderen warten jetzt schon auf mich. Ich war eben, äh, ich war, ich war Wasser lassen. Jetzt gehen wir mal weiter. Bis gleich. Ich bin jetzt ganz oben. Und ihn hassen wir. Der da. Der ist schuld. Hier, der Athlet. Oh, Kerl. Oh, Kerl. Ich bin nicht so traurig, mich so. Äh, tut mir leid. Ist dir gar nicht leid. Ich glaube, ich muss kotzen. Ey, ich unterdrück's auch die ganze Zeit. Zieh mal. Nee. Dann tot. Und du säufst Cola. Warum? Zucker. Cola und Hirnflasche. Zucker gibt Energie. Aber auch nur für kurze Zeit. Damit ihr das wisst. Jetzt, neun. Für kurze Zeit. Liebes Volk. Sind euch. Wir machen jetzt die letzten Meter. Nur noch die letzten Meter. So, Höhenmeter haben wir jetzt alle. Alle. Einfach alle. Planeten. Ja. Es geht jetzt nur noch bergrunter. Glück für den Otto-Falz. Ja. Auch Glück, dass wir gleich an einer hoffentlich guten Dönerbude vorbeilaufen. Und, ja, was soll ich euch noch sagen? Ich bin, ich bin, also die Strecke, die hat mich aber so richtig. Ja. Aber so richtig. Ich werde morgen den Muskelkater meines Todes haben. Also, vom Härtegrad her, was Steigung und so angeht, katastrophal hart, finde ich. Ja. Also, wenn man schon länger sowas nicht mehr gemacht hat, das ist auf jeden Fall brutal. Ähm. So, die Tour-Highlights. Also, ich fand den ersten Aufstieg, das war jetzt der Mosel-Aufstieg, glaube ich, ne? Den fand ich richtig geil. Der richtig geil war der, der sah geil aus. Und die Burgruine, wie sie heißt, blenden wir jetzt ein, fand ich auch richtig geil. Sonst, die Strecke an sich ist nichts Besonderes. Es ist ein schöner Wald. Ja, aber sonst, wie gesagt, jetzt die letzten zwei Kilometer waren nochmal gut. Da war noch so ein bisschen Nervenkitzel, weil das war ziemlich schmal und alles. Aber sonst, ja, so die Tour an sich, das ist nicht viel Sehenswertes. Aber für, wenn man so Leichtathletiker oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, Sturmtruppenführer werden möchte, dann einfach mal eine Runde mit dem Autofalz laufen. Weil er hat sich angeeignet, dass er jetzt zur Sturmtruppe wechselt und der hat einen Blick, einen Marsch hin, das ist nicht mehr normal. Ja, krank, krank. Deswegen hat er bis jetzt gefühlt 50 Kilo abgenommen oder so. Um das Ganze mal abzukürzen, wer mit seinem Leben einfach abschließen will, der macht die Strecke. Genau. Ja. Genau. Echt unnormal. Soweit alle Infos zur Tour packen wir euch nebenbei in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall ein Däumchen, ja. Und ein Abo, ein Abo wäre richtig geil, ein Abo. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Sag jetzt tschö, sonst töten wir dich. Nein, nein, nein. Ach, so werden wir uns nicht verabschieden, Leute. Nee. Wir bedanken uns natürlich herzlich beim Autofalz, ja. Es war mir eine Ehre. Dass er heute wieder am Start war. Ja, die anderen beiden, die jetzt einfach abhauen. Thomas auf Wanderschaft und Topaz Adventure, richtig? Richtig. Coole Jungs, gebt euch die. Ja, blenden wir euch auch ein. Welcome to Forever, man. Let's go. Let's go. It's forever. Don't surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. Go. Go.